Wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um OpenOffice Text in Spalten. Also ich zeige euch, wie ihr einen Text in Spalten einfach so teilen könnt oder trinken. Also wir wollen zum Beispiel unsere Überschrift einfach hier in Spalten haben. Markieren erst mal sie und dann gehen wir auf Format und dann können wir auf Spalten einfach drücken. Und sie sehen, momentan haben sie ja nur eine Spalte, aber wir können zum Beispiel sagen, wir wollen zwei Spalten haben. Und hier unten haben sie auch die Möglichkeit zu sagen, also sie können auch zwei hier einfach da drauf drücken. Und hier unten können sie zum Beispiel den Abstand einfach zu den Spalten einfach so selber anstellen, wie sie wollen. Oder sie können, wenn es zu euch nicht so gut passt, dann können sie einfach hier selber anstellen. Oder sie können zum Beispiel sagen, okay, die Breite können sie zum Beispiel sagen, ich möchte diese Breite zum Beispiel haben. Und ich möchte auch, dass es so ist auf der zweiten Seite. Und sie sehen einfach hier unten, wie es sein sollte. Und wenn es euch nicht so gut passt, dann könnt ihr genau hier angeben, wie der Abstand sein sollte. Und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr einfach auf OK drücken. Und sofort seht ihr, wie der Text sich auch in zwei Spalten so zusammen geteilt hat. Und von daher freue ich mich einfach, dieses Video mit euch einfach geteilt zu haben. Und freue mich auch, das nächste Video nochmal mit euch zu teilen. Vielen Dank. Vielen Dank.